Das Aquis Riviera Resort liegt in Meliha in Malta. Das Aquis Riviera Resort ist beliebt unter den Gästen. 84% empfehlen das Hotel weiter. 836 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,6 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Service. Ein hervorragender Service wird Ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5 von 6 Sonnen. Zimmer. Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,8 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,6 Sonnen bewertet. Sport und Unterhaltungsprogramme. Ein gutes Sport und Unterhaltsprogramm hält dieses Hotel für seine Gäste bereit. Insgesamt erhält das Hotel 4,6 von 6 Sonnen in dieser Kategorie. Gastronomie. Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,5 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Die Mehrzahl der Gäste bewerten das Hotel als gut gelegen. Es erhält für die Lage 4,3 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.